Hallihallo und willkommen zum Tutorial, wie installiere ich Linux. So, als erstes brauchen wir mal eine Linux-Distribution. Für die, die von meinem anderen Video gekommen sind, und zwar von dem VirtualBox-Video, hier erfahrt ihr dann, wie man Linux tatsächlich installiert und wie es dann mit VirtualBox weitergeht, erfahrt ihr dann wieder in dem anderen Video. So, in unserem Fall wird das Ganze Kali Linux sein. Ich möchte Kali installieren, weil wir das noch in weiteren Tutorials benutzen werden. Ich werde noch einiges mit Kali machen und deswegen Kali Linux. Ihr geht dabei auf kali.org und dann auf Downloads, das sieht man jetzt gerade nicht so ganz, und dort auf Download Kali Linux und dann kann man hier eben die Version runterladen, am besten die für 64-Bit. Genau, so, dann braucht man eine DVD und brennt das Ganze da drauf, indem man einfach die ISO mit irgendeinem Brennprogramm brennt, oder man nimmt einen USB-Stick und macht das Ganze bootfähig. Aber ich würde euch empfehlen, das Ganze einfach zu brennen, dann habt ihr es jederzeit zur Hand. So, und wenn es dann soweit ist, dass ihr es gebrannt habt, dann legt ihr das Ganze ein und bootet von der CD. Und dann geht es weiter mit der Installation. So sieht es dann aus. Also ihr bootet quasi und ladet von der CD und dann kommt ihr direkt in dieses Fenster rein. Und hier könnt ihr dann auswählen, was ihr braucht. Live bedeutet, es lädt einfach eine Version von dem Betriebssystem, also in dem Fall Kali Linux, und möchte damit dann ein paar Funktionen zur Verfügung stellen. Allerdings wird es nicht richtig installiert. Es wird einfach nur live ausgeführt und in den Arbeitsspeicher gesetzt. Genau. So, deswegen wollen wir kein live haben, wir wollen ein Install haben. Hier haben wir die Auswahl zwischen Install, Graphical Install und Install with Speed Synthesis. Das bedeutet so viel wie, ja, ihr lasst euch da mit einer Sprachsynthese durchleiten, also jemand, der euch erklärt, was ihr da tut. Am besten würde ich euch den Graphical Install empfehlen und das ist dann eigentlich auch schon alles. So, jetzt müssen wir warten, bis das Ganze geladen hat. Und ja, währenddessen, warum ich dieses Video mache, viele von euch werden wahrscheinlich sich überlegt haben, zu Linux zu wechseln. Und ja, nachdem man jetzt erfahren hat, dass Windows 10 eventuell sogar für Bot-Netze missbraucht werden kann, dachte ich mir, okay, viele wissen vielleicht nicht, wie man mit Linux umgeht, deswegen mache ich da mal ein paar Videos zu. Also, falls euch das Ganze interessiert, ja, ich habe hier gerade übrigens auf Deutsch geklickt, weil das Ganze Tutorial auf Deutsch ist und ich annehme, dass ihr alle Deutsch sprechen könnt. Deswegen gehen wir auch mal auf Deutschland und die Tastatur soll bitte auch Deutsch sein, sonst sind Z und Y vertauscht, das wollen wir nicht. So, und jetzt warten wir hier einfach, bis die Dateien von der CD geladen sind. Das kann ein bisschen dauern und ist auch eigentlich nicht so besonders. Also, im Prinzip ist die Installation wirklich nicht so schwer. Einfach der Anweisung folgen und ja, wenn man dann den entsprechenden Platz auf seiner Festplatte frei hat, dann passiert alles automatisch im Prinzip. So, wenn er durch ist, dann fragt ihr euch nach dem Rechnername. Ich werde hier einfach mal Morpheus eingeben, denn mein Rechner soll Morpheus heißen oder vielleicht Morpheus PC. Und der Domainname, den lasst ihr einfach mal leer, es sei denn, ihr wollt ein lokales Heimnetz aufbauen, dann sollte überall derselbe Namen für die Domain angegeben werden, also zum Beispiel überall Morpheus.de oder sowas. Genau. Und ansonsten einfach auf Weiter und hier das Root Passwort. Das Root Passwort ist dazu da, um später irgendwelche systemadministratorischen Sachen, also wie zum Beispiel neue Software installieren und so weiter, zu nutzen. Da werde ich jetzt einfach mal das Root Passwort Passwort benutzen. Das solltet ihr auf keinen Fall tun. Ihr solltet irgendein sicheres Passwort benutzen. Aber da ich das Betriebssystem hier nur für die Videos benutze und nicht für irgendwas anderes, macht das eigentlich für mich keinen Unterschied. So, und jetzt nehmen wir einfach mal Berlin als Zeitzone und erkennen irgendwelche Festplatten. So, dann werden die Festplatten partitioniert. Wenn ihr mehrere Festplatten habt, dann könnt ihr hier einfach eine, oder was heißt einfach, wenn ihr nur eine Festplatte habt, machen wir lieber mal so rum, dann könnt ihr hier einfach geführt vollständige Festplatte verwenden nehmen und benutzt dann wirklich einfach die komplette Festplatte und schreibt da euer Betriebssystem drauf. Und später habt ihr den kompletten Platz irgendwie zur Verfügung, ohne irgendwie was machen zu müssen. Das ist ziemlich gut und auch die einfachste Variante davon. Und werde ich jetzt auch dann tun. Ich möchte euch trotzdem kurz zeigen, was passiert, wenn man bei manuell reingeht. Und zwar hat man hier bei manuell die Möglichkeit, man kann sich verschiedene Partitionen, ich habe jetzt hier nur eine Festplatte drin, weil das Ganze wie gesagt eine virtuelle Maschine wird. Aber für euch kann es da durchaus mehrere Festplatten geben. Nämlich für jede Partition, die ihr da seht, wird es einmal hier ein, beziehungsweise für jede physische Festplatte wird es hier eine Unterteilung geben. Also SDA ist eine Festplatte, SDB ist die zweite, SDC die dritte und so weiter und so fort. Je nachdem, wie viele Festplatten ihr eingebaut habt. Und dann ist nochmal unterteilt, in welche Partition ihr schon eingerichtet habt. Also auf den Festplatten physisch oder nicht physisch drauf. Das bedeutet, ihr könnt dann auch hier neue Partitionen machen. Also Partitionen, für die, die das nicht so kennen, sind sozusagen Abteilungen auf der Festplatte. Und jede von diesen Abteilungen kann dann zum Beispiel ein Betriebssystem beinhalten. Also ihr könnt dann mehrere Betriebssysteme auf dem selben Rechner haben. Oder, ja, wird dann halt einfach später als eigene Festplatte sozusagen angezeigt im Betriebssystem. Gut, ja, was man damit machen kann, zum Beispiel hier einfach eine Partitionstabelle erstellen. Also Doppelklick auf die Festplatte, die ihr partitionieren wollt. Dann Ja drücken und weiter. So, und was man jetzt hier sieht, ist folgendes. Wir wollen hier jetzt irgendwas machen und können dann hier oben weitere Sachen einstellen. Zum Beispiel verschlüsseln Datenträger oder sowas, aber das brauchen wir alles gar nicht. Jetzt gehen wir einfach mal auf Weiter. Und, also ich habe hier unten das angewählt gehabt. Das ist freier Speicher jetzt. Jetzt gehen wir hier auf Weiter und klicken dann auf eine neue Partition erstellen. Beziehungsweise auf Weiter. Und hier können wir dann die Größe eingeben. Da macht es bei mir nur Sinn, wenn ich wirklich alles benutze. Ansonsten, ihr könnt auch was Kleineres benutzen, wenn ihr nur einen Teil von eurer Festplatte für das Betriebssystem benutzen wollt. Wie gesagt, das wird eine Virtual Machine und deswegen brauche ich oder möchte ich alles benutzen. Weiter und Primär. Und, ja, hier am besten drin lassen. Ihr könnt ja auch was anderes auswählen. Da gibt es einen Haufen Auswahlmöglichkeiten. Aber wenn ihr tatsächlich Linux installieren wollt, bietet sich ein ext4 Journaling Dateisystem, keine Ahnung, bietet sich an. Und hier muss auch tatsächlich dieser Slash, dieses Root Verzeichnis stehen. Sonst funktioniert es nicht nachher mit der Installation. Okay. Ja, dann machen wir hier einfach auch auf Weiter. Das Wurzel, ja gut, wenn ich auf Weiter klicke und das ausgewählt habe, dann komme ich in das Untermenü davon. Deswegen war das gerade, als hätte ich da einen Doppelklick drauf gemacht. Okay. Dann, ja, sind wir hier eigentlich fertig und klicken hier auf Anlegen der Partition beenden. So, und jetzt nehmen wir einfach die Änderung, die benutzen wir jetzt, Partitionierung beenden und Änderung übernehmen und sind fertig. Na, weiter hätte ich gerne. So, möchten Sie zum Partitionierungsmenü zurückkehren? Nein, möchte ich jetzt nicht mehr. Änderung auf die Festplatten schreiben? Ja, danke schön. So, und jetzt wird die Festplatte sozusagen für euch angelegt und ich pausiere euch mal währenddessen. Es dauert ein bisschen, denn ihr seht, hier installiert sich auch das System gleich mal nebenher. Und ich glaube, da muss ich jetzt nicht die ganze Zeit euch zugucken lassen, denn das wäre auch ein bisschen langweilig. Also, bis gleich. So, so sieht es dann aus, wenn ihr soweit durch seid. Und, ja, es fragt euch dann, ob ihr einen Netzwerkspiegel verwenden wollt. Hier klickt ihr einfach auf Ja und macht weiter. Ähm, einen Proxy brauchen wir nicht, beziehungsweise aktuell brauchen wir noch keinen Proxy. Falls ihr einen habt, dann gebt ihn hier einfach ein. Und machen wir weiter und, ja, warten, bis der ganze Update-Kram durchgelaufen ist. Ich würde sagen, da postiere ich euch mal wieder. Ist jetzt viel, was ich, äh, beziehungsweise was von selber gemacht wird. Ähm, aber ja. So, da sind wir wieder. Ähm, jetzt wollen wir, ähm, hier die Entscheidung, ob wir einen Grub-Bootloader installieren sollen. Ähm, hier steht jetzt, dass mein Debian das einzige ist, upsala, ähm, was auf diesem Computer installiert ist. Das liegt daran, dass ich, wie gesagt, eine virtuelle Maschine nutze. Wenn ihr noch ein anderes, ähm, ähm, äh, wenn ihr noch ein anderes Betriebssystem installiert habt, dann solltet ihr euch gut überlegen, ähm, ob ihr den tatsächlich in den Master-Boot-Record installieren wollt. Ähm, aber normalerweise kann man das eigentlich schon tun und danach den ganzen Bootloader nochmal konfigurieren. Aber ich nehme einfach mal an, ihr habt, äh, ihr guckt dieses Video gerade vom Mobilgerät und entscheidet euch, ja, ihr wollt es so installieren oder ihr habt auch eine V-Box, dann ist es eh egal. So, und Gerät wählen wir logischerweise das hier aus, ähm, weil wir kein anderes haben. Ja, gut, dann installieren wir den Bootloader, sozusagen das Ding, was, äh, unser Betriebssystem laden soll und warten wieder mal, bis die Installation abgeschlossen ist. So, und dann sind wir fertig. So sieht es dann aus und jetzt möchte, ähm, die Installation euch noch daran erinnern, dass ihr bitte die CD raus macht, damit ihr nicht direkt wieder eine neue Installation startet, sondern auch tatsächlich mal das System. Gut, das könnt ihr dann jetzt machen und klickt hier einfach auf Weiter. Ähm, bei mir wird das automatisch gemacht, weil ich das Ganze virtuell eingelegt habe. Also alles gut. Und, ähm, ja, jetzt müssen wir immer noch warten, bis die Installation abgeschlossen ist. Ich dachte, wir sind mal durch. So, jetzt war ich nicht schnell genug. Ähm, jetzt hat es schon wieder neu gestartet. Und wir nehmen wieder von vorne auf. Und wir haben gesehen, es war kurz da, aber es hat automatisch gestartet, weil ich nicht irgendwas geklickt habe. Jetzt warten wir einfach kurz und sehen, ah, ähm, wir sehen nichts. Es lädt immer noch, ähm, ja gut. Aber jetzt sehen wir was. So, und jetzt kommt hier der Benutzername. Ähm, wenn ihr euch irgendwie Benutzer ausgesucht habt, dann nehmt ihr den. Aber wenn ihr noch nichts habt, so wie ich, normalerweise hat man auch nichts, dann gebt ihr einfach Root ein. Und, äh, euer Passwort, wenn es denn mal geladen hat. Okay, es leckt gerade übelst. Das tut mir furchtbar leid. So, jetzt hat es es endlich geschafft. Ähm, ich habe blöderweise nur einen Kern, glaube ich, eingegeben bei der VirtualBox. Das muss ich gleich noch korrigieren. Ähm, genau. Und euer Passwort ist dann das Root Passwort. Bei mir Passwort. Und ihr seid drin, wenn es denn mal geladen hat. So. Und das war's. So installiert ihr Linux. Jetzt, äh, heißt natürlich, sich erstmal hier zurechtzufinden. Aber in diesem Video sollte es nur um die Installation gehen. Für die Leute, die jetzt von V-Box auf das Video kamen, ähm, guckt bei dem anderen V-Box-Video weiter. Und, ähm, ich zeige euch da, wie ihr V-Box-Guest-Auditions und so weiter hinkriegt, damit ihr endlich mal volle Auflösung bei dem ganzen Ding habt. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis zum nächsten Mal.